Die Bibeltext für diese Lektion ist 2. Könige Kapitel 5, Vers 1 durch 27. Die Bibeltext für diese Lektion ist 2. Könige Kapitel 5, Vers 1 durch 27. Die Bibeltext für diese Lektion ist 2. Könige Kapitel 5, Vers 1 durch 27. Wir wollen sagen, dass diesmal auch viel Verjährung wird und ein großes Problem hat damit. Ich lasse euch jetzt an, um dieses Programm zu hören, um zu sagen, was du und ich von dieser Lektion zu lernen haben. Für den Himmel, ich danke dir für dein Wort und bitte, dass du das richtig sehen möchtest. Amen. Hier ist Prediger Elmer, ein Räumen mit dem Programm Durch die Bibel. Wir kommen nun nach das 50 Kapitel in 2. Könige. Und das war ein sehr interessanter Kapitel. Der Profeet Eliezer ist ein besonderer Gottesmann. Er ist immer an sehr, so wie er warst und mehr als Eliezer warst. Und mehr ist es so, dass er wieder so eine, die mit nacht manchmal schön ging, ein bisschen spoorst zu machen, von Nezaag. Wenn ich das durchleise, do, dass wir hier nun bechecken wurden, dann ist es mir so, Eliezer warst immer ein bisschen früntelt haben. 2. Könige, das 5. Kapitel, der 1. Vers. Nu Naaman, der Kapitel über dem Syrien-König seiner Armee, war ein hochberühmter Mann bei seinem Meister. Ein Ehrbarer Mann, wens der Herrgott hat derg an sich gegevt, zur Serie. Er war auch ein sehr brave Mann. Aber er war ein Utsatzig. Das erste Poet geeft uns ein Bet von einer Everschrift von dem Naaman. Er war die Hauptsoldat über die Syrien-Armee. Und wann er auch ein Heid war, war er doch ein besondere Mann, hochberühmt. Derg an hat der Herrgott die Syrien-Armee sich gegevt. Und das ist ein besonderer Ding. Das war so, dass er ein Mann war, dem die Herrgott gebrügt hat. Und das ist auch so, dass die Herr folgenmannen brügt an ein Land, wann die auch nicht trüste sind. Die ist dort vielleicht ein Bet fremd. Aber denk an so eine Mann als Pharao, oder die Nebuchadnezzar, oder die Syris. Hier nu redet dort von diesem Naaman. Das zeigt auch, dass he ein besonders brauer Mann war. Und was interessant ist, dass dit von Gott sin Sinn beschreve es. Gott dat sind nicht verachte. Gott brügt des heidnische Mann. Derg an hat Gott sich gegevt. Und dann sagt es sehr einfach, Aber, hey, wir ein Utsort, ja? Da sind viele Menschen in der Welt nu, von denen viel feinheit können gesagt worden, wann die auch nicht Christen sind. Einer kann sagen, dass sie berühmte Mannen in Frühe sind, und haben feinheit gedoen. Aber dann wird einer auch zu den Entschluss kommen, dass die alle Sinder sind. Dann alle haben gesündigt, und sind doch hartgekommen, und Gott sinne Herrlichkeit. Eindomt, wo fein Menschen sind. Die sind alle Sinder, und mit der Wadde geboren sind. Utsortje werden nicht uitgeschlossen in andere Nationen. Dat is interessant, dat die Herr ein Jezats geeft, für Israel, dat ein Utsortje muss uitgeschlossen zijn, aber dat wieso, dat die Krankheit sich nicht wordt verspreiden. Nu worden Utsortje nun kalonie gebracht, zodat andere die Krankheit nicht trüe worden. Dat die diese Jezatsen jeweil lang verdienen, dat Menschen einworden, dat dat ansteckend wäre. Dat wir nicht, dat Menschen gezivilisiert wären, dat sie einworden, dat so ne met ansteckende Krankheiten, moesten aufgesandert worden. Und doch, wordt vorkengezeigt, dat so ne, die in die Israelite ihre Tiet woonde, zoals dit, dat hier beschreven is, nicht gezivilisiert wäre, over die Wehre. In der Schrift ist die Utsort ein Bild von Sinn. Eine Urzucht, aufher es dort nur Menschen verstaunt, geht die Krankheit nicht zu heilen. Bloß Gott kann die Sinn weichnehmen, und die Menschen von der Sinn-Krankheit heilen. Na, man hat viel gaudet, aber he will ein Sinn da. He probiert sein Utsatz tot zu denken, aber das ging nicht zu heilen. Menschen probiert nun auch die Sinn tot zu denken, aber was da fehlt, als dass sie sich wetwasser lassen, aber bloß Jezus kann das tunen. 2. Versch. Und die Zirianen werden rutsgewandt, und haben ein kleines Merke gefangen genommen, aus der Israelland, und sie werden ein Dienst machen, zu den Namen seiner Frau. Das ist ein von den Menschen in der Bibel, die ein Ernamen wie nicht wissen. Sie werden ein junger Dienst machen, in den Hebräischen, und ein besonderes Merke, aber sie ist so berühmt, als die Tjenigen Esther, oder die Moabitische Ruth, oder Batzeba, oder Zahra, oder Rahel, diese werden dem Namen seiner Frau erdienst machen. Wir können sagen, dass sie die Tsche werden in das Hem. 3. Versch. Und sie sehen, zu erer Wirtze, oh, dass mein Herr dabei dem Propheten werden, die in Samaria ist, dann die wird am Heilen von sien Utsatz. Der kleine Dienst Merke, könnt sie einem fair seien, ober ein Tag kann sie dort nicht länger utholen, sie macht seien, wort sie geleift, sie leift, und wann er wird, wort ein Samaria seine bei dem Propheten, dann wird sie, wort er geheilt worden. Die Elisa macht seine Dei berühmt gewaast. In dem Namen seiner Frau, als sie dort hielt, laat sie der andere, dem sie den König dort weten. 4. Versch. Und eine Jänke Nennen vertelt, sie ein Herr dort, und sie sagt, so und so sie dort Dienst Merke, dort von dort Israël Land ist. Die Sirene-Ceinig freut sich sehe, dort wird kunje doane worden, für das er wird voller Mann. Und er schaucht am Fuert, nur dem Israël-Ceinig mit dem Brief, und auch viel haben gut. 5. Versch. Und die Sirene-Ceinig seht, Goh, seh, ek wo dem Israël-Ceinig ein Brief schecke, en he verleit, dort heet Namen, en nehmt tien Talente selbe, en sass du sind Peter Gold, en tien satschleide. En he bracht den Brief nach den Israël-Ceinig in Seid, nu, wann des Brief nach die Tchamp, seh, ek ham in deine Namen nach die geshekt, dat du am Heilen magst von zin Utsaats. En dat passiert, als die Israël-Ceinig den Brief geleest hat, dat hy zine Kleider tverrät in Seid, seh, ek Gott, dood te maken, en am Leve te bringen, dat des mensch nou my schaakt, am ein Mann von zin Utsaats te heilen. Denk dit nu nou bitte, auf hen ek nu ursuk seht, stritt gegen mi an te reden. Dei Brief van den Sirien-Ceinig badat dem Israël-Ceinig seh, wo wir dat möglich, dat hy zol een mensch heiletjene van zin Utsaats. Hy zet ek sinich, Gott, ek kan ham nich heilen. Dei Norrecht wier nou dem Anreich der Person geshekt worden. Dei Israël-Ceinig las den Brief, ob die hat zolt nou Elise geshekt worden. De Israël-Ceinig seht bloos, dat hy nich igendem heilen kon van irgend word. Elise jef ook nich ver, dat hy weim heilen kon, oba hy weer dem Herr gaat zin deiner. Dei Israël-Ceinig dacht nu bloos, zo dat die Sirien-Ceinig stritt anstallen wol jegendem Israël-Ceinig. En nu nou ne ursuk zagt, worum wird hy zes zin armé-kaptein nou am schake? Zevende en achte fars, en dat weer zo, als Elise de Gattesman dat heer, dat de Israël-Ceinig zine kleder tweegeret had, dat hy nou dem Ceinig schakekt door by Elise zine hoes deur. En Elise schake boute nou am en zed, go en was die zevenmal am jaar dan, en die vlees wat trekome en du was reyn zanne. Na man weer van ne waltje nation am noede. Die nation had Israël al eremal tribel gegeefd. Ze had al een paar mal gewanne even aan. En na man dacht nu zow dat hy dag een hoog bereemde man weer, en die woode am zeie ere. Obe wat passeerd? Elise zeid bloos te am neg mol zelst, dat hy zich zel zevenmal am jaar dan riefe wasse. Jojo, die naam en weer zeie beleidigt. Eentlich deed Elise des hoog bereemde zeer een man neg hevlig apneme. Eentlich neem hy am go na die dee am ap te neem schaak bloos een boote. Eentlich wil zo denken dat hij zich wordt doel geboren ver dem naam en des bereemde hoog zal dood over die serien armé. En een sted schaakt hij zin deiner dem naam te zeie dat hij zevenmal am grieze jaar dan wasse zal. Menst wat naam dat aanneme? After vars aanneme wie zeie doel en jeng waag en zeed. Ne zee, ek dacht hij wordt zegerlich ruut komen omie en door stonne en ap dem her gat zin got no rope en zine hand over die sted weifle en dem uitzats je hele. Na men oie zich zeie wil ze een stelte man weer, am we nach niemals zo behandeld word als dit. Obe die wordt am ook van zin stolthet hele. Want die her die rade dat neemt hij gemeenlich dat uit die lewe uit dat een anstoos is. Stolthet is een van die dingen die got host. Door wordt veel gereed ervan dat got lewe is en dat hij mens lewe heeft en dat is ook zo. Obe got dat ook has vriend dat is niet meelich bloos lewe te ha en nech ook hoes. Dat je het niet dat gode lewe te ha ohne dat een dat bezit hoes. Want du die chenge lewe hast dan wost dem hond hoes en die haf en die chenge biete dat. Du wost wel dem hond an brengen. Dat is zo dat God mens lewe ha en zacht ook ze klorend die O denk doch vold so schwing hier ons leven verlebt wird es den tief hier verblieb kommt net ans op dem weich dem himmel entjent lief dans en hell en fru kommt breiter kommt kommt und wer bocht nu lo hat zum himmel hat land im himmel das ewigste seligste ruht met jesus hand en hand schampft noch traufer ein trufer den ham und sin gut den gönnen mövend auf mit lich vor wie von vora ein himmel belangt die atem dat wie ruf kommt wer kommt kommt wer lo hat in hat 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 im himmel es he ist se nicht der ruh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Erz, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Erz, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Erz, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Erz, 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 2020